die goldfische deutsches kino das mich persönlich daran erinnert wie ich früher so manche mathe klassenarbeit geschrieben habe wenn man den stoff nicht konnte und froh war für jeden punkt den man irgendwie ergattern konnte und man nachher das blatt durchsieht und sagt da ist alles okay das kompletter flop das geht so und so ist auch mein empfinden wenn ich auf diesen film jetzt zurückblicke und feststelle da waren einige punkte die völlig in ordnung sind einige die ziemlich vergeigt sind und vieles was so gerade so geht oder nicht richtig funktioniert um geht's wir haben einen vor manager namens oliver gespielt von tom schilling der ist so arrogant dass er dafür einen hohen preis bezahlen muss er baut nämlich auf dem weg zu einem meeting weil er nicht warten kann einen schweren unfall und ist ab da querschnitt gelähmt drei monate verbringt er in einer reha in der er eigentlich relativ vor sich hin vegetiert wie auch immer das stellte für mich so da dann hat er aber ein problem nämlich er hat noch 1,2 millionen in einem zürcher bank schließfach und die muss er in sicherheit bringen das problem ist dass er nicht in die schweiz kommt aber er lernt eine behinderten wg kennen die sich die goldfische nennt und die relativ attraktive laura gespielt von jäller hase als betreuerin hat und er nutzt die gelegenheit arrangiert dass diese gruppe nach zürich fährt offensichtlich um an einer kameltherapie teilzunehmen in wirklichheit will er die gelegenheit nutzen um irgendwie da sein geld zu holen und dann verselbstständigt sich das ganze ist setzt sich jemand von der behinderten truppe ab die merken was eigentlich vorgeht und es setzt einfach ein buntes chaos ein dass eigentlich daraus besteht oder daraus seine gags zieht dass hier eine truppe mehr oder weniger sympathischer behinderte unterwegs sind wie gesagt vieles am film stimmt vieles funktioniert nicht und vieles ist vielleicht in der drehbuchplanung gut überlegt gewesen aber dann schwach umgesetzt kommen wir gleich zum größten pluspunkt des films das ist in der tat tom schilling der bestimmt jede szene in der er ist der spielt großartig und ich habe von dem man schon einiges großartige gesehen deswegen überrascht es mich nicht aber hier muss ich doch sagen dass er wirklich der stützpfeiler des filmes ist wobei seine figur für mich nicht funktioniert der wird in der eröffnungsszene als absolut arroganter lappen dargestellt der daneben einen schweren unfall baut alles seine schuld ich kriege aber nicht wirklich vermittelt dass der danach irgendwie am boden ist oder so im späteren verlauf des films ist er dann so der vernünftige ist aber dann auch gleichzeitig nett zu den leuten in seinem umfeld also ich kriege irgendwie nicht plausibel in den kopf wie dieser typ tickt ob der unter dem was mit ihm passiert geleidet ob der zukunftsängste hat oder sonstiges also da komme ich nicht mit klar was dann relativ scheitert ist der weibliche gegenpart das ist jella hase die tut natürlich alles um sich von ihrem chantal image aus fakio goethe zu befreien und sie spielt hier in der tat eine eigenständige figur aber die figur ist relativ langweilig für die handlung nicht so unfassbar entscheidend und zwischen er und tom schilling da soll die story wohl irgendwie sowas wie eine liebe story begründen da ist null chemie funktioniert für mich gar nicht die truppe behinderter natürlich mit axel stein noch am prominentesten besetzt die ist nicht uninteressant aber sie wird nicht näher bezeichnet und es geht hier eigentlich darum die behinderten und ihre marken eigenheiten wie auch immer in den richtigen momenten hervorzuziehen und dann relativ gängige comedy szenen daraus zu gewinnen wie zum beispiel dass eine blinde unter blöden umständen an ein lenkrad kommt und dann in eine verkehrskontrolle gerät ebenso haben wir zahlreiche andere szenen die einfach nur darauf zielen die jeweiligen eigenheiten der figuren irgendwie in eine lustige szene umzuwandeln wobei ich dem film im umkehrschluss vor zugute halten kann der macht es nicht wirklich auf kosten der figuren also es wird keiner der begehen derjenigen zum abschluss frei gegeben oder man lacht nicht gezielt über die figuren also über ihre halt körperlichen behinderungen oder so sondern über die szenen ein paar funktionieren etwas besser ein paar funktionieren etwas schlechter und da sind ein paar schmunzler dabei aber ich saß halt in einem kino in dem voll besetzten kino und es ist eine komödie und ich kann es an einer hand abzählen wie oft laut gelacht wurde und ansonsten hatte ich den eindruck die meisten gucken es so relativ schweigend auch ansonsten szenen wie zum beispiel dass oliver mit seiner eigentlich recht lieben mutter zusammensitzt die sind emotional aber irgendwo zwischendrin das heißt wir haben eine szene wo er in einem restaurant ausrastet weil er seinen rollstuhl nicht richtig an den tisch bekommt und dann kommt wieder irgendwas flapsiges wo axelstein die ganze zeit da steht und an seinen fingern riecht oder was ich auch katastrophal finde im laufe der fahrt entwickelt sich eine figur zum antagonisten macht etwas sehr verwerfliches und später ist das was die figur getan hat wieder völlig gleichgültig und so um es am ende zusammen zu schieben der film hat wunderbare gags parat aber nur relativ wenige mit tom schilling einen überragend starken hauptdarsteller aber im gegenzug ein relativ verkorkstes drehbuch das viele pluspunkte hat aber die ihm nicht komplett zu einem funktionierenden ganzen zusammengeschoben bekommt kino taugliches material ich weiß es nicht es ist professionell und ordentlich gefilmt aber bei mir kommt das ding nicht über zwei und fünf punkten wie seht ihr das habt ihr lust auf einen solchen deutschen film habt ihr die vorschau gesehen interessiert euch das ganze das würde mich interessieren erzählt doch mal in den kommentaren unter diesem video ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen daumen da lassen gerne ein abo und wir sehen uns gerne zur nächsten kritik macht's gut bis dann tschau